Sie haben es angesprochen, dass die Teuerung natürlich eine große Herausforderung jetzt ist. Was ist Ihr Gefühl? Wie viel ist da schon bei den Menschen angekommen? Die Strompreise sind in Vorarlberg beispielsweise niedrig, dafür sind die Lebenserhaltungskosten insgesamt ansonsten höher als in vielen anderen Bundesländern. Das ist richtig, ja. Wie schätzen Sie die Situation da ein? Ich meine, die Lebenserhaltungskosten steigen jetzt natürlich auch. Wir befürchten, also wir haben jetzt ungefähr im Vergleich zum Vorjahr 15 Prozent mehr Beratungsklienten oder überhaupt Klienten im gleichen Zeitraum. Also so eine Riesenwelle ist es noch nicht, aber wir spüren eine verstärkte Inanspruchnahme. Die Menschen spüren es vor allem im Warenbereich natürlich. Dort sind die Kosten explodiert. In den letzten zehn Jahren haben sich die mindestens um 50 Prozent erhöht, die Warenkosten. Die Unterstützungsleistungen sind nicht im gleichen Verhältnis logischerweise gestiegen, auch die Löhne nicht. Wir haben natürlich auch viele Klientinnen und Klienten, die am Arbeiten sind, die sich trotz Vollzeitarbeit und normalerweise unter Anführungszeichen geregelten Umständen einfach das Leben nicht mehr leisten können. Und da ist wirklich also bei uns zumindest der derzeit noch größte Brocken die Wohnkosten. Wir befürchten, dass wenn diese Energiekosten und so weiter durchschlagen, das wird dann im Herbst wahrscheinlich wesentlich stärker sein, dass dort sehr große Rückstände entstehen. Grundsätzlich ist es so, dass die Einkommen, und das ist eigentlich bei uns sozusagen bei allen so, dass die Einkommen einfach zu niedrig sind, um diese Lebenshaltungskosten zu decken.